Dekontamin... Dekontaminationssequenz aktiviert. Hi, hübsch, schön, toll. Das wird überaus lustig. Was wird nur passieren? Aha. Hacken! Das wird hacken. Oh mein Gott. Ich soll das nächste Mal das Internet abschalten. Das mache ich auch. Ich habe nämlich einen Knopf auf dem Laptop, mit dem kann ich so etwas spontan deaktivieren. Und... Neeeeeeen... Pure Effektivität. Und, oh, jetzt habe ich meine Maus auf das Kabel gestillt. So kann ich nicht... nichts erreichen. Aber ihr seht, super effektiv. Ein Schuss. Das ganze Vieh tobt. Okay, meine rechte Maus hat es definitiv im Arsch. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, dass ihr das ertragen müsst. Und damit das Spiel... als Let's Play im Prinzip... eine Lächerlichkeit ist, die da auch nicht verbessert wird, wenn mir die Maus hier runterfällt. Es tut mir wirklich leid. Ich werde mir morgen eine neue besorgen. Ich schwöre es. Gut, und beim letzten... Wir haben drei gesehen, werde ich den alternativen Modus benutzen. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ähm... Das war nicht der alternativen Modus. Ah ja, damit einfach nur geschossen hat. Das ist ja doof. Aber die Rennfolge wird erhöht. Die war mir so geil. Neeeee. Wie auf der Baustelle. Hey. Hm? War's das? Fertig. Juhu! Ich hatte viel Geduld. Oh, viel Spaß. Aber mit dieser Waffe sparen wir unheimlich viel Munition. Sie ist toll. Der Ripper ist so goll. Und ich denke, niemand wird mir da widersprechen. Ripper! Ripper! Mein Ergie! Ich will Ripper-Munition. Sparen wir uns auf. Dunkel! Nicht gruselig! Das zur... Wurscht. Wo müssen wir dann? Da! Also gehen wir in die entgegengesetzte Richtung, um noch weitere... Geheimnisse zu entdecken. Wum! Chaos! Hm. Gut, dass wir hier entlang gegangen sind. Credits. Und? Energieknoten. Perfekt! Notfallvorräte geht nicht. Was ist das denn hier? Scheint es sich um eine Art Gewebe zu handeln, die das Schiff befallen hat. Oh oh! Das sieht nicht gut aus. Für das bin ich nicht ausgebildet. Deswegen bin ich nicht Techniker. Was ist das für ein Geräusch? Oh. Schon wieder eins dieser Löcher. Hm. Merkwürdig. Merk, merk, merk... Äh, äh, äh. Hm? Was ist das? Halbgeiler... Äh, pfff. Halbgeiler Gold. Hm. Kommt jetzt das, was ich denke? Ach, Quatsch. Öffne dich! Es kam doch nicht. Dieses Spiel. Dieses Spiel! Oh. Zu Zentrifuge. Oh, oh, oh. Jetzt Zentrifuge ist auch sehr schön. Ähm. Ich benötige auf jeden Fall den... Doch, wir benötigen den Lift... Den Liftkanister, natürlich. Du bist so ein Trottel. Ein Pulsprojekt. Was? Ich führe den doch gar nicht bei mir. Weg damit. Aus meinen Augen. Luftkanister. Danke. Wir benötigen ihn. Das wüsste jeder Depp. Ein Raum, vor dem ein großer Luftkanister steht. Natürlich benötigen wir einen. So. Zugang zur Zentrifuge. Das wird... Super happy. Aha. Das ist sie. Hm. Und wieder mit... Nassen Hosen herumlaufen. Hm? War hier etwas? Hab ich das gehört? Nein? Hallo, Leiche. Oh, hallo. Boom. Oh. Oh. Wo kommst du denn her? Hättest du... Oh, jetzt war ich auch anrufen können. Äh. Mein... Mein Mausbett ist zu Ende. Ich komme ich weiter hoch. Hahaha. Äh. Vorbei. Okay. Ich mach dich unten fertig. Ich komme. Moment. Wir können ihn nicht benutzen. Huiiii. Schwerelosigkeit. Ganz vergessen. Wo ist er? Lieber in Bewegung bleiben. Da. Dumm. Und? Aber auch er hat uns nichts hinterlassen. Blöd Mann. Ah. Ja. Ah, noch ein Umsehen. Vielleicht finden wir irgendwelche Gegenstände, die hier rumfliegen. Oder Kisten. Einzelteile. Explosive Behälter. Äh. Nein. Sieht nicht so aus. Oh, wir sind auf der falschen Seite. Dort ist der Boden. Miau. Noch mehr Gewebe. Gut. So. Schlüssel wir an. Ups. Warum geht das nicht? Komm. Komm, ich bin Techniker. Huiiii. Ich bin ein schlechter Techniker. Ähm. Ich würde sagen, zu schnell. Ja, irgendwas ist hinter mir, nicht wahr? Oh, ja. Bom, bom, bom. Bam, bam. Oh. Bam, bam, bam. Kennt denn noch jemand? Bam, 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 bam. So. Das wäre erledigt. Nur noch ein zweiter. Äh, vorbei, Isaac. Uh. Ach, wir nehmen die Abkürzung. Huiiii. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich meine, ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, meine Maus zu... Ich glaube, Leute, ich glaube, die ist wirklich kaputt. Leider besitze ich keine alternative Möglichkeit, ähm, eine andere Maus anzuschließen. Ich besitze noch eine andere, äh, weitere Maus. Ah, der... Ich benötige hier einen USB-Anschluss, eben für jene, jene eine Maus. Welche ich nicht besitze. Also eine zweite Maus mit entsprechendem Anschluss. So. Hä? Achso. Hi. 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 Sobald sie anfangen zu schweben, sind sie tot. Naturgesetze! Ruhlen! Äh, hier können wir nicht hoch... Nein, müssen wir auch nicht. Wir können schweben. Ich hasse diese Maus. Ernsthaft, Leute. Beim nächsten Death's Best Video werde ich keine Probleme mehr mit so etwas haben. Oh nein, eine unüberwindbare Wand. Trotzen wir den Gesetzen der Physik. Yeah! Äh, falsch. Nun müssen wir die Gravitation wieder aktivieren. Und zwar folgendermaßen... So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so... Hier! Was? Oh! Schaut mal! Schaut einmal! Bittie Backlein! Äh, ist das ein ekliges Zeug! Ich wollte rüberspringen! WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII in der Zukunft sind sicherlich sehr glückliche Menschen.